Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es wieder um eure Fragen gehen, denn ihr stellt mir immer so viele Fragen und ich dachte, wir starten direkt damit und ich lese einfach mal die Fragen vor. Vorderwandplazenta, 22. Schwangerschaftswoche. Spüre noch nichts. Ist das schlimm? Frage Nummer 1. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ich hatte bei Marlene auch eine Vorderwandplazenta. Ich kann das also total gut nachempfinden und habe dort auch erst relativ spät die Kindsbewegung wahrgenommen. Bei meinen großen Kindern hatte ich eine Hinterwandplazenta und da habe ich es deutlich früher gemerkt. Häufig schon so 16., 17., 18. Woche rum und bei Marlene dann auch deutlich erst über der 20. Schwangerschaftswoche. Und wie gesagt, hat mich auch verunsichert, ist aber überhaupt nicht ungewöhnlich. Es ist einfach so, wenn man eine Vorderwandplazenta hat, sitzt quasi der Mutterkuchen an der Vorderwand eurer Gebärmutter und dann werden die Kindsbewegungen manchmal ja so ein bisschen abgedämpft oder erst später wahrgenommen. Einige Frauen spüren sie aber trotzdem auch schon relativ früh. Das ist natürlich immer sehr individuell. Einige berichten aber auch, dass sie wirklich erst, ja, sehr, sehr spät die Kindsbewegung das erste Mal gespürt haben. Aber Leute, wisst ihr was? Irgendwann werdet ihr sie spüren und dann ist es einfach nur mega schön. Am Anfang ist es ja immer wie so ein kleines Blubbern, wie so ein Flügelschlagen, wobei auch das natürlich jeder anders beschreibt. Und dann werden die Kindsbewegungen immer fester, immer doller und irgendwann weiß man dann auch, okay, das sind sie jetzt auf jeden Fall. Also freut euch drauf, denn es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, was man so spüren kann, finde ich. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Mein Kind drei Wochen lässt sich nicht ablegen. Normal? Ja, völlig normal ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Ich kann es so gut nachempfinden, es ist einfach so. Am Anfang muss man sich erstmal einfinden, erstmal herausfinden auch, was beruhigt mein Baby, wie kann ich mein Baby gut ablegen und das muss man einfach üben. Bei manchen Kindern geht es schneller und einfacher, bei anderen dauert es länger. Und es gibt halt auch immer so Phasen, wo die Kinder einfach wahnsinnig viel Körperkontakt brauchen, wahnsinnig viel Nähe, brauchen Geborgenheit, viel getragen werden wollen, wo man sie kaum ablegen kann. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sie ja auch manchmal so aus unersichtlichen Gründen total gut schlafen. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Hat mit Verarbeitung von Reizen zu tun, hat mit Entwicklungsschüben zu tun, hat vielleicht mit Bauchschmerzen zu tun und was sich sonst alles noch so bei den kleinen Mäusen gerade so abspielt. Also von daher, bleibt da echt ganz entspannt und versucht es einfach immer wieder und übt es halt ein bisschen. Was bei Marlene und mir immer ganz gut funktioniert hat, ich habe sie manchmal so an der Decke so ganz leicht eingepuckt, eingewickelt, so konnte ich sie ein bisschen besser ablegen, weil wenn sie dann den Schreckreflex hatte, ist sie angeeckt und hat dann gleich weiter geschlafen. Wobei das auch tagesformabhängig war und auch tageszeitabhängig war. Morgens zum Beispiel konnte ich sie besser ablegen als nachmittagsabends, da war sie irgendwie schon so ein bisschen drüber und da hat es ein bisschen länger gedauert. Was bei uns auch immer gut geholfen hat, wenn ich gemerkt habe, boah, sie ist jetzt aber richtig müde eigentlich und kommt gar nicht zur Ruhe, so ein bisschen die Umgebungsreize auszuschalten, also wirklich so Fernseher aus, Handy lautlos. Die Kinder habe ich dann auch mal zur Seite geschickt und gesagt, jetzt so ein bisschen leiser Marlene versucht zu schlafen, hat mal besser und mal nicht so gut geklappt. Und was bei uns auch immer gut geklappt hat, ist, wenn ich Marlene über die Seite abgelegt habe, wenn ich sie so auf den Rücken gelegt habe, war sie eigentlich sofort wieder wach. So über die Seite ging ganz gut, wenn quasi auch das Sofa, wenn ihre Füße das Sofa als erstes berührt haben und ich sie dann so langsam abgerollt habe, ganz langsam auf den Rücken gerollt habe, noch so Körperkontakt hergestellt habe und dann ging es in der Regel ganz gut. Und was auch immer gut ging, war Tragen. Also im Tragetuch oder in der Trage, ihr wisst es ja, ich liebe es immer noch. Und da ist sie häufig dann auch eingeschlafen und dann konnte ich sie manchmal auch aus dem Tuch ablegen. Hat mal geklappt und mal nicht so gut geklappt, auch da. Das müsst ihr einfach austesten. Dieses Baby jetzt ist ja gerade drei Wochen alt, also es ist jetzt dann quasi schon in der vierten Woche und vierte, fünfte Woche steht ja auch immer einer dieser großen Entwicklungsschübe an, an die ich mich noch sehr gut erinnere, weil die einfach super anstrengend waren. Also kann auch sein, dass es das gerade ist. Von daher geduldig sein. Irgendwann wird es besser und irgendwann weißt du ganz genau, was du machen musst, damit du dein Baby gut ablegen kannst. Und wie gesagt, mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut. Ich habe dazu auch zwei Videos, Ablegen Teil 1 und Teil 2. Den verlinke ich euch mal und könnt ihr auch nochmal direkt reinschauen. So, jetzt haben wir um Kopf und Kragen hier geredet. Nächste Frage. Welches Spielzeug geht momentan bei euch am besten? Bei Marlene wahrscheinlich. Ja, also was geht bei uns gut? Magnetsteine zum Stapeln. Bausteine findet sie gerade großartig. Das mag sie richtig, richtig gerne. Dann haben wir ja hier im Wohnzimmer so einen Spielbogen mit Rutsche und ja, so einem Kletterdreieck. Das findet sie auch richtig cool. Sich einfach gerade viel bewegen, klettern, rauf, runter. Das findet sie richtig, richtig gut. Was mag sie noch gern? Ach so, wir haben so ein Spiel mit einer Schale und so einem Eierlöffel eigentlich und Kugeln in verschiedenen Farben. Und dann gibt es da so kleine Eierbecher dazu. Und das findet sie auch gerade total cool. So diese Kügelchen mit dem Löffel quasi in die verschiedenen Eierbecher zu verteilen. Und was sie auch liebt, ist Badespielzeug. Das findet sie großartig. Das muss ich euch unbedingt auch noch mal verlinken. Wir haben so richtig cooles Badespielzeug mit so einer kleinen Pumpe. Und dann kann sie einen immer nass spritzen und so. Das findet sie großartig. Und ansonsten, was fand sie sonst immer noch gut, als sie ein bisschen kleiner war? Klopapierrollen waren bei uns der Hit. Und vor allem Schränke ausräumen in der Küche mit Vorliebe. So alles, was man da ausräumen kann, hat sie ausgeräumt und wieder eingeräumt. Und in den Schuhschrank räumt sie auch gerne aus. Also so diese alltäglichen Sachen. Auch dazu habe ich letztens übrigens ein Video gemacht. Setze ich euch hier auch noch mal rein. Schreibt doch mal in die Kommentare, womit eure Kinder gerade gerne spielen. Das würde mich auch interessieren. Nächste Frage. Mein Sohn acht Monate mag kein Brei. Was soll ich machen? Ja, geduldig bleiben. Wirklich ohne Druck und ohne Zwang. Das finde ich immer super wichtig. In Bezug auf das Thema Essen. Essen ist ja einfach auch ein großes Thema. Und es gibt einfach viele Kinder, die mal besser essen, mal schlechter essen und mal kaum essen und dann einfach wieder vollgestillt werden oder das Fläschchen mit Prämilch bekommen. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das kann an ganz vielen verschiedenen Dingen liegen. Häufig ist es so, dass sie zum Beispiel einen kleinen Infekt haben, einfach ein bisschen krank sind und dann nicht so viel Lust haben, nicht so viel Appetit haben zu essen. Kann man ja auch nachvollziehen. Haben wir ja vielleicht auch nicht, wenn wir krank sind. Bei manchen sind es die Zähnchen, die dann mal drücken, die dann dazu führen, dass die Kinder einfach nicht so viel Appetit haben. Dass der warme Brei dann vielleicht auch auf den Kauleisten wehtut. Dann ist es manchmal so, dass Entwicklungsschübe anstehen. Ja, oder dass die Kinder einfach so gerade keine Lust haben zu essen, sondern lieber wieder mehr trinken wollen, Reis zu verarbeiten sind. Sie einfach viel von ihrer Umwelt gerade wahrnehmen und auch da zu verarbeiten haben. Von daher bietet es einfach immer wieder an und versucht es. Und wenn euer Baby nicht möchte, ist es einfach ganz, ganz wichtig, Nein auch zu akzeptieren. Wisst ihr, was bei uns manchmal echt gut geklappt hat, eine andere Tageszeit zu wählen? Manchmal war es so, dass Marlene morgens gar keinen Bock hatte. Den gleichen Brei habe ich ihr nachmittags so ungefähr nochmal angeboten, hat sie die ganze Schüssel aufgegessen. Also auch das war bei uns immer ein Thema und das war manchmal auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Mal hatte sie morgens schon Hunger, mal eher nachmittags, so wie das bei uns ist. Dass wir mal früher, mal später essen, mal mehr und mal weniger und genauso ist es bei den Kindern auch. Einfach dranbleiben, auch verschiedene Lebensmittel immer mal wieder anbieten. Und sie auch mit an den Familientisch setzen. Also wenn ihr esst, dass sie einfach gucken können, schauen können, sich auch was abgucken können. Sodass man einfach ein bisschen das Interesse am Essen weckt. Und wie gesagt, ich hatte so viele Breipausen mit Marlene. Mal hat es gut geklappt und mal habe ich sie dann wieder vollgestillt, weil sie überhaupt nichts essen wollte. Und das hat durchaus auch mal ein paar Tage oder auch mal ein paar Wochen angehalten. Und wenn dann zum Beispiel das Zähnchen durch war oder der kleine Infekt, die Erkältung überstanden war, danach hat sie plötzlich wieder richtig gut gegessen. Von daher macht euch da keinen Stress und bleibt da ganz entspannt und schaut auch gerne nochmal in unser Beikost 1x1 rein. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Und die nächste Frage, das erste Mal wieder Periode. Oh mein Gott, so stark, so anders. Ja, also das kenne ich nur allzu gut auch von mir. Ich muss sagen, das wurde bei mir gefühlt auch mit jedem Kind mehr mit der Blutung. Wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, das ist jetzt aber sehr, sehr ausgeprägt. Und das berichten halt auch sehr, sehr viele Frauen einfach. Bei manchen ist es so, dass wirklich nur die ersten zwei, drei, vier Regelblutungen ein bisschen ausgeprägter sind. Und sich das dann wieder einpendelt quasi auf vorschwangerschaftliches Niveau. Bei anderen ist es so, dass es so ausgeprägt bleibt. Wenn du dich jetzt unsicher damit fühlst und das Gefühl hast, nee, das ist irgendwie zu viel und ich fühle mich nicht gut damit, dann natürlich immer einmal lieber mehr zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gehen, einmal drüber schauen lassen. Und es ist einfach auch so, die ganze Hormonumstellung findet ja noch statt. Und bis sich der Zyklus wieder eingependelt hat, kann das einfach auch eine ganze Weile dauern. Aber ich muss sagen, meine Periode ist auch seit den Kindern deutlich ausgeprägter und es ist auch so geblieben. In der 22. Schwangerschaftswoche oft harten, aufgeblähten Bauch. Hättet ihr Tipps, was ich tun kann? Ja, ist auch nicht ungewöhnlich. Ist heute mein Lieblingssatz, ne? Ist nicht ungewöhnlich. Wer kennt das nicht aus der Schwangerschaft? Es ist einfach so, das Baby wächst, die Gebärmutter wächst und natürlich wird der Magen-Darm-Trakt so ein bisschen eingeengt, ein bisschen weggeschoben. Und dann kann das halt mal zu Verdauungsproblemen und vor allem halt auch Verstopfung führen. Das haben viele Frauen und viele berichten auch, dass sie halt mehr pupsen müssen und einfach auch mehr auf Toilette und länger auf Toilette sitzen. Das ist halt, wie gesagt, ja, geschuldet dessen, dass einfach dort natürlich die Gebärmutter und das Baby sich ein bisschen Platz machen, und den Magen-Darm-Trakt zur Seite schieben und die Hormonumstellung des Progesteron verlangsamt auch so ein bisschen den Magen-Darm-Trakt. Auch gar nicht ungewöhnlich. Aber was kann man tun? Also gucken auf jeden Fall, dass man ausreichend ist, dass man immer mal wieder über den Tag verteilt ist, dass man versucht, ausgewogen zu essen, ausreichend zu trinken. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig und über den Tag verteilt und nach Möglichkeit ballaststoffreich essen. Das heißt, alles, wo du denkst, boah, das regt eigentlich meine Verdauung an oder hat in der Vergangenheit meine Verdauung unterstützt, würde ich einfach mehr in deinen Tagesablauf mit einbauen und immer mal über den Tag verteilt. Vielleicht etwas essen, was bei dir ganz gut hilft. Bei mir waren das zum Beispiel Trockenpflaumen, mochte ich jetzt nicht so besonders gerne, aber haben halt gut geholfen. Und was auch immer gut ging, war zum Beispiel so Porridge oder Müsli. Und was auch gut geholfen hat, waren Milchprodukte, zum Beispiel Kefir, Buttermilch, sowas hatte ich immer dabei und habe ich immer mal so über den Tag verteilt getrunken. Und damit wurde es deutlich besser und ich muss sagen, ich hatte auch so ein Problem mit dem Trinken, also immer ausreichend zu trinken. Ich habe mir dann irgendwann so eine große Sportflasche gekauft und habe dann immer geschaut, dass ich wirklich bis 12 Uhr die Eimer geleert hatte und dann nach 12 Uhr halt dann wieder angefangen habe, noch mehr zu trinken. Ich weiß, man muss dann immer ständig auf Toilette und überall. Das ist leider so, aber es ist einfach auch wichtig, ausreichend zu trinken. Und in der Regel kriegt man das damit dann ganz gut in den Griff mit der Verdauung. Ist einfach auch wichtig, damit man nicht ewig auf Toilette sitzt und drückt. Manchmal ist es ja auch so, dass man noch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, in denen dann auch Eisen enthalten ist. Oder prinzipiell, wenn man Eisenmangel hat, dass man ein Eisenpräparat nimmt. Das kommt dann manchmal auch noch obendrauf, weil das macht ja häufig auch dann so ein bisschen Verstopfung und den Stuhlgang ein bisschen fester. Also auch da dann nochmal gucken. Ich habe das auch nehmen müssen und habe dann einfach geschaut, wenn ich Verstopfung hatte, dass ich es nur alle zwei, drei Tage genommen habe. Das kommt aber natürlich dann auch immer so ein bisschen auf den Eisenmangel an und was euer Frauenarzt, eure Frauenärztin gesagt hat. Aber versucht es einfach mal mit der Ernährung und ausreichend Trinken so ein bisschen den Magendarmtrakt anzustoßen. Und was auch immer gut geht, ist Bewegung. Also echt mal so ein kleiner Spaziergang, so ein Verdauungsspaziergang, wie man so schön sagt. Und einfach ein bisschen Bewegung in den Alltag einbauen. Und auch wenn ihr auf der Arbeit seid, einfach immer mal wieder aufstehen, den Flur auf und ablaufen und sich dann wieder hinsetzen zum Beispiel. Ihr Lieben, falls eure Frage nicht dabei war, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Dann machen wir nämlich ganz, ganz schnell das nächste Video. Schaut auch nochmal in das Beikost-Video hier rein. Einmal eins zur Beikost. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann!